Hey Leute, ich habe die Katze nicht ins Wasser geschubst. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich habe extra das Video hochgeladen, das war kurz bevor sie zum Teich gelaufen ist. Ich streichle sie mit der Außenseite meiner Hand. Das mache ich bei ihr so. Das war früher eine Wilde und manchmal, wenn ich sie richtig rumgestreichelt habe, so an der Seite, habe ich eine gewischt gekriegt und ich habe mir angewöhnt, die andere Seite zu nehmen. Genau so. So habe ich sie gestreichelt. Und als es dann quasi passiert ist, habe ich die Hand weggezogen. Das weiß ich nicht warum. Und sah halt so aus, als hätte ich sie geschubst. Habe ich aber nicht. Da könnt ihr sehen, dass sie gleich zum Teich läuft und das Unglück seinen Lauf nimmt, nehmen wird. Ja, es hat mir so leid getan. Ich habe mich natürlich entschuldigt. Und das seht ihr auch gleich. Ich habe ein Video gemacht, davon, wie ich mich entschuldigt habe, wie ich sie gefilmt habe. Viel Spaß dabei. Nelly, es tut mir leid. Du bist nur ein bisschen nass, gell? Entschuldige bitte.